Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein neues Video von uns zum Sex-ABC. Das Wort, um das es heute geht, befindet sich wie immer in diesem kleinen Kästchen und wir schauen jetzt mal, was da für euch so drin ist. Heute geht es um den Buchstaben Y und um das Wort Juni. Was mit Juni genau gemeint ist und woher der Begriff kommt, das erklären wir euch in diesem Video. Also, nehmt euch ein bisschen Zeit, macht es euch gemütlich und los geht's! Das Wort Juni kommt aus dem Tantrischen und ist eine Bezeichnung für die weiblichen Genitalien. Gemeint ist mit dem Wort Juni sowohl der Uterus, die Vulva als auch die Vagina. Grafisch dargestellt wäre das Wort Juni ein gleichseitiges Dreieck, was nach unten zeigt. Und natürlich gibt es auch ein männliches Pendant dazu und das Wort aus dem Tantrischen für die männlichen Genitalien ist das Wort Linga. Und natürlich gibt es auch ein männliches Pendant dazu und das Wort genitalien ist 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 das Wort genitalien. Das Wort genitalien ist 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 das Wort genitalien